Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des DSO-Meisterschaftsspiels zwischen den ESV Kopfbeuren und den Bietigheim-Steelers. Wir haben Endstand von 2 zu 3 nach Verlängerung von 1416 Zuschauern. Ich darf die beiden Trainer begrüßen zu meiner linken Kevin Gaudet von den Bietigheim-Steelers. Glückwunsch zum Sieg, Herr Gaudet. Und zu meiner rechten unseren ESV-Kart-Coach Michael Maller. Das erste Wort, wie immer, bitte vom Gast zuerst. Ja, schönen guten Abend. Es ist mein vierter Jahr hier in Bietigheim und ich denke, jedes Mal, wenn wir nach Kopfbeuren kommen, ist es ein Kampf. Ich denke, es ist wahrscheinlich 50-50, ein Sieg in der Niederlage mit so einem tollen Publikum. In dieser Arena ist es nicht einfach. Und wir haben sehr gut begonnen heute. Zwei schnelle Tore und dann natürlich ein sehr dummer Fehler. Ein schönes Tor, man könnte sagen, von Kaufbeuren. Aber es ist schon 2-1. Man hat eigentlich die Kommando genommen und dann machst du diese Fehler. Und es ist immer knapp hier in Kaufbeuren. Es ist schwer. Ja, die Zuschauer sind so gut. Sie hitten in der Mannschaft. Und die Kaufbeuren hat gekämpft bis zum Ende. Ich muss ein ganz großer Lob und Hut ab sagen zu Vazentor, was er gehalten hat. Ich hatte meine Arme hoch dreimal in den letzten Titel und drei unglaubliche Saves. Und am Ende hat die Kaufbeuren-Mannschaft gekämpft bis zum Ende mit einem tollen Goalie und sie haben verdient. Danke schön. Ja, vielen Dank, Herr Goalie. Mike, jetzt haben wir zwar wieder verloren, aber wir haben gepunktet und das gegen den Meister. Und ich denke, insgesamt hat die Mannschaft einen tollen Kampf und ein tolles Spiel geliefert. Ja, danke. Guten Abend. Deja vu. Super gespielt, super gefeiert. Das ist, was ich verlange von den Jungs. Und dann wieder. Ich weiß nicht, was fehlt. Es sind richtige Kleinigkeiten bei uns. Und es ist richtig schade. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Jeder. Und, äh, alle Leute. Ja, und der andere Seite, wir hatten in fünf Spiele, wir hatten in vier gepunktet. Das ist, von meiner Seite, ähm, äh, Erfolg. Aber es ist richtig frustrierend, aber wir bleiben hier positiv. Wir spielen gutes Heishockey. Ähm, jedes Spiel ist eng. Richtig eng. und ja, war ein Superspiel heute und leider sind wir an der anderen Seite schon wieder, aber irgendwie zufrieden sein. Danke! Danke Mike, haben wir Fragen von der Presse? Mike, du hast gerade gesagt, es ist frustrierend, aber auf der anderen Seite, wenn man am Nachmittag zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, ein Punkt gegen den Meister, das Angebot hättest du noch angenommen, oder? Das auf jeden Fall, aber ja, ich sage ja, ich würde das ganz gerne nehmen, aber trotzdem, es ist, ich würde mich selber für die Jungs, richtig hart gefightet für 60 Minuten und dann diese drei Minuten in Verlängerung da und dann trotzdem, der Sieg ist nicht da, aber der Punkt ist richtig verdient und wir müssen das nehmen. In welchen Bereichen hat deine Mannschaft Fortschritte gemacht, jetzt in den letzten Tagen? Wir haben eine kleine Änderung an unserem Powerplay gemacht mit beiden Units. Wir haben wenig Zeit an dem Powerplay heute gehabt, aber wir haben einige geschossen, zum Glück. Biddingheim hatte ein wahnsinniger Powerplay und wir haben eine kleine Änderung gemacht nach diesen zwei schnellen Tore und dann in dieser Schlussphase, wo Biddingheim war auf dem Powerplay. Wir haben richtig gut gekillt. Wir spielen defensiv, wir spielen okay, Penalty-Killing ist okay. Und wie gehabt, fünf gegen fünf, wir müssen besser unsere Chancen nutzen. Der Mats Schmiedler hat heute mit kaputten Fuß gespielt, deshalb auch in der dritten Reihe. Wie zufrieden bist du mit ihm ein großer Einsatz für die Mannschaft? Vermutlich mit Schmerzen? Mavs hat überragend gespielt heute. Man hat gesehen, es war ein Biss. Und ich glaube, da ist ein Grund für diesen Biss. Aber man hat gesehen, er hat richtig hart gefeiert, auch mit dem gebrochen Fuß. Aber trotzdem, man hat ihn gesehen auf dem Mais heute. Danke. Haben wir sonst noch Fragen? Nein? Dann darf ich uns noch einen schönen Abend wünschen und hoffe, dass wir uns alle am Sonntag um 18.30 Uhr wiedersehen, wenn der SC Lissasee zu Gast ist und unseren Gästen wünschen wir noch einen guten und gesunden Nachhause. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.